Servus und hallo, wir machen heute ein Herausforderungsvideo und heute bin ich in Italoer. Heute hilft mir der ehrenwerte Ironman Tobi und zwar geht es darum, schießt er einen Benzinkarnist ab, der von einem Teammitglied geworfen wurde, bevor er auf den Boden einschlägt. Es ist fast klassisch, der Tobi werden hochwerfen und ich werde dann in der Luft weg schießen. Und jetzt gehen wir mal in die Runde, let's go! So, meine Freunde, jetzt sind wir in der Runde und jetzt werden wir erstmal zu einer Tankstelle hier fliegen, werden wir uns ein Benzinkarnister organisieren und dann werden wir das zu zweit machen. Und am besten ist, wenn man Pump nimmt, weil dadurch ist es halt wahrscheinlicher, dass man es trifft. Ich wollte noch was sagen, wenn es hier Hilfe bei der Aufgabe braucht, schreibt es uns einfach O unten in die Kommentare. Wir helfen euch gern, wir haben einen Discord-Server, da könnt ihr uns auch O schreiben. Wir tun unten die Einladung verlinken und dann helfen einfach euch, wenn es keinen habt, bei der Aufgabe zu machen. Ja, das machen wir gern für euch. Also, das ist gar kein Problem. Tobi ist schon unten. So, meine Freunde, dann werden wir es erklären. Du brauchst den nur dann in die Luft werfen und die schießen einmal mit der Pump ab und mehr ist das dann gar nicht. Also, Tobi, werfen einfach mal. Jetzt haben wir es geschafft. Super. Perfekt. Dann habt ihr es gesehen, wie es funktioniert. Geht eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, die Pump ausrüsten. Der Kollege werft das ab. Danke nochmal, Ehrenwert, der Tobi. Geilen Skin hat der Tobi. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und wie gesagt, ihr dürft gerne beim Discord beitreten und dann helfen euch, ist gar kein Problem. Vielen Dank. Servus, Eiche, Käpt'n, Sie, Ciao.